Präsidenten in Deutschland und die Amtsübernahme des ersten FDP-Regierungschefs seit knapp 70 Jahren. All das möglich gemacht hat die AfD. Ein Umstand, über den ganz Deutschland nun diskutiert. Für manche eine demokratische Wahl, für andere ein Tabubruch ohnegleichen. Die Nachricht von der Wahl des neuen Ministerpräsidenten ist erst wenige Minuten alt, da demonstrieren schon Hunderte vor dem Landtag in Erfurt. Auf Nazi-Propaganda! Zuvor gab es hier die große Überraschung, vor allem für den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken. In zwei Wahlgängen konnte er sich nicht gegen den Kandidaten der AfD durchsetzen, einen parteilosen Bürgermeister aus Nordthüringen. Erst im dritten Wahlgang trat auch FDP-Mann Kemmerich an und bekam dort eine Stimme mehr als Ramelow. Ein Schock für die Linke. Schadenfreude hingegen in den Reihen der AfD. Ja, das war ja auch Sinn der ganzen Strategie. Wir haben also versucht, Herrn Kemmerich als Gegenkandidaten überhaupt erst mal aufs Podium zu locken. Das hat er auch gemacht. Und dann haben wir ihn planmäßig gewählt. Die linken Chefin warf dafür Kemmerich die wohl eigentlich für Ramelow bestimmten Blumen vor die Füße. Fassungslosigkeit auch bei den Grünen. Das ist schockierend für mich, wie die CDU so etwas machen konnte. Und es ist für mich unglaublich, dass die freien Liberalen sich darauf eingelassen haben und hier zum Werkzeug geworden sind. Auch wenn Kemmerich wahrscheinlich nur dank CDU und AfD gewählt wurde, ist für die Union, für eine künftige Zusammenarbeit in der Regierung eines klar. Bedingung für alles für uns ist, dass es eine ganz klare Erklärung gibt, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Doch ohne die Stimmen der AfD braucht der neue Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich die Stimmen der Linken für eine Mehrheit im Parlament. Doch das haben die Linken bislang ausgeschlossen. Die Wahl heute kam zustande, weil die FDP und auch die CDU gemeinsam mit der AfD stimmten. In Berlin begrüße ich den Generalsekretär der CDU Deutschlands. Guten Abend, Paul Ziemiak. Guten Abend nach Leipzig. Herr Ziemiak, war das Handeln der CDU-Fraktion in Thüringen unter Führung von Mike Mohring vorab mit Ihnen gemeinsam ein Thema? Nein, das trifft auch nicht die Position, die wir auf Bundesebene haben. Ich habe das selbst, die Parteivorsitzende hatte es selbst und viele andere aus der Führung der CDU Deutschlands haben immer wieder betont, es darf keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben. Heute ist ein Ministerpräsident gewählt worden, auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke und anderen aus der AfD. Und deswegen kann das keine Grundlage sein für eine stabile Regierung und auch nicht für bürgerliche Politik. Und deshalb kann sich die CDU auch an einer solchen Regierung nicht beteiligen. Die Thüringer CDU hat nach Aussage ihrer Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit der heutigen Abstimmung gegen die ausdrücklichen Empfehlungen, Forderungen und Bitten der Bundes-CDU gehandelt. Es stellt sich die Frage, hat Ihre Vorsitzende die Partei noch im Griff? Ja, definitiv. Wir haben heute im Präsidium uns zusammengeschaltet, über die Sachlage gesprochen. Die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Position deutlich gemacht und diese Position wird auch vom Präsidium der CDU Deutschlands geteilt. Da gab es überhaupt keine Diskussionen. Paul Simiak, Generalsekretur der CDU. Danke sehr. Ich danke Ihnen. Die Wahl Kemmerichs kam völlig überraschend, wohl auch für den FDP-Landeschef selbst. Zur Landtagswahl trat er nicht als Ministerpräsident an. Warum auch? Bankte er doch darum, ob seine Partei überhaupt den Einzug in den Landtag schafft. Eine Regierungsmannschaft konnte er heute nicht präsentieren. Wie auch, die FDP hat nur fünf Abgeordnete. Thomas Kemmerich ist Ministerpräsident von Thüringen. Und doch scheint er ein König ohne Reich. Alle Kameras auf einen. Thomas Kemmerich, der neue Ministerpräsident Thüringens. Das Gesicht der FDP im Freistaat. Viele weitere Bekannte gibt es auch nicht. In den Landtag haben es nur fünf FDP-Abgeordnete geschafft. Damit sind sie mit den Grünen die kleinste Fraktion. Die Linke holte am meisten Sitze insgesamt 29. Die FDP zog sogar nur knapp ins Parlament ein und musste lange zittern. Am Ende nahm die Partei die 5-Prozent-Hürde mit gerade rund 70 Wählerstimmen mehr als nötig. Schon am Wahlabend war aber für die FDP klar, sie wird keinen linken Ministerpräsidenten ins Amt wählen. Also Bodo Ramelow, den sich laut Umfrage die Mehrheit der Thüringer dort wünscht. FDP-Mann Kemmerich spielte in der Befragung kaum eine Rolle. Er hofft nun auf CDU, SPD und Grüne. Er hat mehrfach jetzt auch nach der Wahl bekräftigt, dass es Brandmauern nach links und rechts gibt. Also offensichtlich keine gemeinsamen Vorhaben mit der AfD und der Linken. Dann bleiben die genannten Parteien übrig, die keine Mehrheit haben. Wie man hier erfolgreich Politik bestreiten will, ist in der Tat noch immer eine sehr, sehr offene Frage. SPD und Grüne machten ihre Haltung zur Kemmerich-Wahl bereits klar. Unter anderem bei Protesten vor der Parteizentrale der Liberalen in Berlin. FDP-Bundesvorsitzende Lindner räumt daraufhin ein. Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig. Noch am Mittag hatte Kemmerich von Lindner Glückwünsche erhalten. Anderen der Partei forderten dagegen, von ihm vom Amt des Ministerpräsidenten wieder abzutreten. Und in Erfurt sind wir jetzt verbunden mit dem neuen Thüringer Ministerpräsidenten. Guten Abend, Thomas Kemmerich. Schönen guten Abend. Herr Kemmerich, die Reaktionen auf Ihre Wahl fallen teils drastisch aus, auch außerhalb der Politik. Die ehemalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knoblauch, sagte, einen Ministerpräsidenten, der nur mit Stimmen der Rechtsradikalen ins Amt gelangt, darf es in einer Demokratie nicht geben. Haben Sie heute Ihre gesamte Partei beschädigt? Ich habe in einem demokratischen Prozess eine Kandidatur erklärt gegen einen Kandidaten der Rechten und einen Kandidaten der Linken. Und das ist ein Stimmen geben für die demokratische Mitte. Die Wahl ist in der Geheimer Wahl so entschieden worden, wie das bekannt ist. Dass nun die AfD versucht, diese Wahl und damit das Amt des Ministerpräsidenten und die Demokratie in Thüringen und Deutschland zu beschädigen, ist mehr als nicht hinnehmbar. Deshalb betone ich nach wie vor, es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt kein Angebot, es gibt keinen politischen Gewinn durch dieses taktische, durchschaubare Manöver. Und ich bin teilweise selber erschrocken über die Reaktionen, aber wir werden uns der Verantwortung stellen. Haben Sie die Folgen dessen, was da heute passiert ist, vornherein vielleicht unterschätzt? Klar, habe ich mir Gedanken gemacht, haben wir uns Gedanken gemacht, was passieren könnte und würde. Ich glaube, man kann es nie komplett einschätzen. Die Heftigkeit, auch die Reaktionen unterhalb dessen, was man unter Demokraten, unter Menschen austauscht, erschüttert mich. Und das Thüringer Volk hat eine Wahlentscheidung getroffen. Letztes Jahr im Oktober, mit dieser Wahlentscheidung müssen alle Demokraten umgehen. Und die Auseinandersetzung über dessen, was die beste Politik für Thüringen ist, hat im Parlament stattzufinden und nicht mit Einzelmeinungen, großen Aufschreien auf den Straßen. Ich denke, wir müssen, das merkt man, die Gespaltenheit dieses Landes überwinden, die aufgeheizte Stimmung, die wir im Land spüren. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Parlament vernünftige Entscheidungen für die Zukunft Thüringen treffen, und zwar im Parlament unter Demokraten. Die Bundes-CDU spricht von Neuwahlen. Auch ihr eigener Parteichef Lindner spricht unter Bedingungen von Neuwahlen. Sind Sie bereits gescheitert, bevor Sie überhaupt gestartet sind? Nein, die Arbeit beginnt erst und die Demokraten sollten auch wissen, dass Neuwahlen keine Optionen sind. Die Umfrage letzte Woche hat bewiesen, dass das Wahlergebnis ein ähnliches sein wird. Insofern sollten die Demokraten Neuwahlen vermeiden, im Parlament Zusammenarbeit suchen, weise Entscheidungen treffen und diejenigen, die unser Land spalten, eines Besseren belehren. Vernünftige Politik geht mit diesem Parlament, wenn sie denn bereit sind, die staatspolitische Verantwortung, über die seit Wochen diskutiert wird, alle wieder gemeinsam zu tragen und gute Entscheidungen für Thüringen zu treffen. Danke. Thomas Kemmerich nach Erfurt. Thüringen hat einen neuen Ministerpräsidenten und trotzdem fällt ein Wort seit einigen Stunden besonders oft, auch gerade eben Neuwahlen. Zwei Drittel der Abgeordneten im Thüringer Landtag müssen dafür stimmen. Doch auch dafür fehlt derzeit die Mehrheit. Wie der Tag heute gezeigt hat, entstehen Mehrheiten manchmal schneller, als man glaubt. Das war unser Brennpunkt politisches Beben in Thüringen. Wir verabschieden uns aus Leipzig und gehen damit jetzt zum DFB-Pokal in München. Wartet schon Matthias Obtenhövel. Das war unser Brennpunkt politisches Beben in Thüringen. 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 Vielen Dank.